Norbert Hauch gestanden, startet in diesem Jahr. Das ist eine Sensation. Der Vizemeister der Formel 1 erneut in der DTM unterwegs. Die Grid Girls stellen sich in einer Reihe auf. Nochmal die Möglichkeit für sie, alle auf einem Bild zu vereinen. Und wir sehen es hier schon neben der Strecke. Außerdem der Audi Collection Truck hier mit an der Strecke. Sollten sie speziell Audi, der Teamchef, auch vorhin in der Pressekonferenz gewesen. Auch er läuft da unten rum, wenn sie sich Autogramme holen wollen. Auch er steht mit Sicherheit bereit. Es gibt noch den Porsche Carrera World Cup im Rahmen des 24-Stunden-Rennens. Auf dem Nürburgring. Und wir werfen einen kleinen Blick in die letzte Saison, die Rennen des Porsche Carrera Cup.